Das bitte noch nachrollen, dann können wir das... ...und die Runen. Ja, weil die Unterbuffs... Gut. 5, 4, 3, 2, 1... Nicht 10, nicht 10! Wir waren zu spät. Alle reinspringen halt. Ja, rein, rein ins Pool alle. Ja, sorry. Vor allem, diesmal bin ich nicht mehr im Spiegel fliegen. Das war... Sorry dafür. Alle ins Pool? Vor Kolos? Alle ins Pool? Alle? Ich steh außerhalb. Ich retze. Ja, wir sind ja alle wieder rausgekommen. Eine Linie steht außen eigentlich im Respawn, oder? Ja. Ah, ist ja noch aber rausgelaufen, dann nehme ich an. Genau. Ah, sehr schöner Zug. Ich wusste, man braucht Priester für irgendwas. Ah, dafür ist das also da. Ja. Dafür ist das da. Die meisten Priester verwechseln das aber immer mit was. So, ready Jack. Next Pool. Du meinst mit Indy-Fanzizid und nicht aus der Flitze raus? Ja. Welcher Priester würde denn sowas tun? Jetzt fällt auf Schlacht da gleich einer ein. Warte mal was mit, jetzt mit der Hami, jetzt schreibt der... Nee, nee, alles gut, alles gut. Gut. Jetzt aber, ja. Five, four, three, two, one. Schaden wahrscheinlich. Wahrscheinlich jetzt zu lang dauert. Schaden wahrscheinlich. Mal ihn hochholen. Mal ihn hochholen. Willkommen. Alex. Seven. Six. Hat mich umgebrezelt. Four. Schaut siehst du da. Johannes muss laufen. Ja, bin daneben. Ja. Da kommen gerade zwei Sensen durch Gryll. Quintmatch 8. Hütet euch. Sauber. Garant, es muss laufen. Ah cool. Es ist ein bisschen. Ja . Schaut die Tante noch rausholen. Hütet euch. Ja. Hat hier. Das war knapp. Hat hier gleich. Hat hier gleich. Ja. Der Tank läuft Luni kommt links Tank ist vorbei Luni Kappe steht Kappe 1 durch Kappe 2 durch Von Linie nimmt rechts 2 durch 2 durch Kappe 4 schon jetzt? 4 war auch durch 5 durch 6 durch 7 Durch 8 Lukulus, wo kommst du noch? Ja, müsst du es Wird er verteilen? 4 46 Sehr schön Ruhig bleiben jetzt Konzentriert bei der Spiel Schotzi muss laufen Tonda zu früh Tonda zu früh Ja, interessiert sich immer kein 2 3 4 4 4 5 5 5 8 7 6 Scherde steht hinten Skelette können wir verloren Sensus 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 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 6 5 6 5 6 6 6 7 7 9 9 6 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 11 12 Super Leistung! Super Leistung! Gold! Juhu! Bonus Roll! Bonus Loot, was ich nicht haben will! Das gibt doch nicht! Und nur Schrott drinne! Sorry! Ah! Okay, gleich mal um die Hände! Danke! Ja, okay! 100 Need, 50 Second Bei Second wird ja nicht viele Batschen, schätze ich mal! Die Frage wollte ich nicht zuerst die Tokens machen, weil es bei dem Batschen wieder hielt Ja, okay, okay! Weil ich würde halt auf dem Stop proben, ganz ehrlich! Ja, darunter ist wieder unser Token bei, ne? Wie Krieger, Jäger, Schamane... Wie immer! Oh! Soll ich mal für dich rollen, Ralex? Ja! Ja! Soll ich mal mit dir,